hallo und herzlich willkommen ich habe hier was ganz neues und zwar ein kleines portables musikstudio auf einem android tablet das nennt sich music maker jam ganz mal eben kurz in die kamera halten das sieht dann so aus oh god ja also 21 18 so spät schon ja gut okay was machen wir damit man kann damit schöne musik machen man kann auch rein singen dabei und ich mache mal folgendes ich werde jetzt das musikstudio an meinen rechner anschließen das heißt nur die audiosignale abgreifen und zwar direkt damit das nicht nur über das telefon quatsch über das telefon über das mikrofon geht und jetzt habe ich es angesteckt hier so und jetzt werden wir hier habe ich noch ein popschutz mikrofon popschutz weil ich vorhin gesungen habe das ist der hier ja und ich habe da mal was vorbereitet und gucken wir mal ob es auch einigermaßen klingt es ist nur eine vorab version und ja vielleicht gefällt es und los geht's ach ich habe vergessen lauter zu machen und mal stoppen muss natürlich auch hier wieder an dem regler hochfahren jetzt hat man das pinken gehört und jetzt geht es los auf die plätze fertig muss ja noch mal klatschen hier wegen ton und los geht's was uffi auf uffi Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017